herz willkommen auf einem neuen kanal und auch meinen ersten kanal der spielen jetzt in der rum der freie freile call of duty und oh hijack gute map wieso nur so wenig gegner aber die kommen dann schon noch ja deutsch sagen dass es jetzt auf diesem kanal gibt es ja am spiele auf die ich gerade bock habe nicht erst nicht bestimmt so und ja ich spiele mit mssc dass er die nicht mit aufsetzen und ja aha na so jetzt fängt ich schon mal sehr gut an wie man gesehen hat scheisse ja aber das kommt schon noch ja na komm komm wenn du dich draus ah Ah. Oh, Sniper. Erschreckt mich doch nicht so. Ja. So. Stirb. Ja, bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Blackout 2, muss ich sagen, spiele ich auch einiges besser. Also Call of Duty Ghosts, also Call of Duty Ghosts, Videos werden eventuell, ja, kann man sagen, werden auch noch kommen. Aber dann, sorry, schon jetzt, weil Call of Duty Ghosts bin ich nicht so gut. Ja. Na, was hat der? Stirb. Stirb. Boah, das hat es auch wieder sehr knapp. Scheiße, das... Leckt das irgendwie? Der Spieler hat irgendwie geleckt, oder? Wo bist du jetzt? Ah, C4. Ja, dieses C4. Mhm. Aber, ich glaube, ich werde gewinnen. Also, ich hoffe, damit ich ein gutes Gameplay habe. Das war jetzt auch wieder mal eine knappe Sache. dieser Camper. Wenn es was gibt, ich hasse Camper. Das wollte ich auch noch sagen. Aber, das... was seid ihr denn jetzt? Oh, rennt doch nicht alle weg. Komm schon. Da. Und, wo ist der nächste? Wo ist der nächste? Oh! Jedes Mal, der mit diesem C4. Ehrlich. Snipe. Wo? Wo war der? Oh, immer gegen den Schluss. Verkack. Ist immer so. Keine Ahnung, wieso. Oh. Ja, ich habe gedacht, der läuft hinten drum, aber, ja, war wohl, war wohl nichts. Oh. Hm. schon wieder der. Stepp. Wow, Sniper. gut, jetzt noch zwei. Ah. Ist der Brezel. Hat das du ja Glück. Fennlingklautung entdeckt. Oh ne, die Fennlingklautung hat mir den Kill geklaut. Oh. So, ist noch ein schöner Kill zum Schluss. Und ja. Ja. Erster geworden. Ich hoffe es hat auch Spaß gemacht und ich hoffe es hat auch Spaß gemacht. Ja, keine Ahnung. Es war jetzt mein erstes, ja, erstes Gameplay. Auf meinem Dings. Ähm, ja, hallo, der macht ja Beleidigungen. Und ja. Ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns bald wieder bei meinem nächsten Video. Und ja. Ciao. Wah.